Und willkommen zurück zu The Beast Insight. Nein, nicht Insight. Doch, The Beast Insight. Ich bin ein bisschen planlos. Verdammt, ich hätte vielleicht nochmal aufs Klo gehen sollen. Egal. Kapitel 5. Sie beobachten uns. Bin ich mal gespannt. Sie beobachten uns. Halt, warte mal. Weiß, den Zettel hatte ich eigentlich das letzte Mal schon. Aber, den muss ich noch mitnehmen. So, ich muss ein Telefonat führen mit David. David. Muss erstmal gucken, wo muss ich denn hin? Ein Telefonat. Ich muss raus zum Telefon. Ich glaube, das war draußen im Flur, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. So. Ich klinge ein bisschen krank. Entschuldigung. So. David anrufen. Hallo. Na. Adam found something. How is this possible? H swore they were at a dead end. Keep an eye on him. We'll be in touch. Fuck, they must have tapped my line. How in the world did they track me down so quickly in this shithole? Fuck me. Maybe they did get Harold after all. Thankfully I can check where they track me from. If I'm not wrong, the detector should be in the office. Hä, wieso hören die mich hier ab? Sind das doch keine Hirngespinste wie den Sowjets? Okay, ich brauche wieder den Lokalizer. Ah ja, hier. Oh, dann, hallo. Dann nehmen wir den mal. Okay. Finde die Quantenwolke. Wahrscheinlich müssen wir dafür raus. Müssen wir da ein bisschen rumspionieren. Spionien? Huch. Alter. A few days ago, someone was hanging around here, too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? It might as well have been my imagination. I didn't want to spread panic. We've got enough to worry about as it is. Fuck, Emma! I don't work in a bakery. I work for fucking spies. It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe. Stay in the house, lock the doors and windows. I'll take care of this. I should use the Lokalizer and see if I can find something nearby. Oh mein Gott, wir werden beobachtet. Aber von wem bitte? Das ist so schön hier. Habe ich den jetzt? Warte mal, hier habe ich den. Okay. Wir müssen erst mal schauen. Ich glaube, wie waren das nochmal? Ich glaube, ich hob diese Richtung. Irgendwo. Oh. Ne, warte mal. Mal schauen. Warte mal, hier hinten glaube ich habe ich was gesehen. Ja, wir kommen näher. Nein. Hier irgendwo. Huch, ich hänge hier fest. Hä? Wo soll denn das sein? Irgendwo? Muss ja hier sein. Ach hier. Direkt am Baum. Anomalie entdeckt. Hä? Wo kann ich die denn nicht? Ach so, warte mal. Ach, das sind wieder diese anderen komischen Anomalien. Die ich erst einmal ausschalten muss. Hier. Huf, eine weg. Das habe ich letztens mal nicht so geschnallt, dass die da rumfliegen. Wo ist die denn? Hallo, Anomalie. Ach hier. So, dann haben wir die weg. Hier ist nochmal irgendwo eine. Ach, das ist die hier. Okay. Das ist ein verdammter Basterd. Er ist so sicher, dass du das Haus um uns überraschst. Vielleicht, wenn ich mehr Träume finde. Okay, der hat uns wirklich beobachtet. Okay. Dann müssen wir mal weiterschauen. Okay, wir nähern uns. Das Signal ist sehr klar. Die Quantenfläche sollte genau hier oben sein. Wahrscheinlich wird es auch wieder irgendwo gestört. Alter, diese Geräusche, ne? Ich habe mir eigentlich einen Waldspaziergang schöner vorgestellt. Wir kommen näher. Ah, hier. Ich muss da rüberkommen. Okay, warte mal. Hier hängt ein Zettel. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Dieser Mistkerl hat mich nicht nur ausspioniert. Jetzt versucht er auch noch, mich einzuschüchtern. Und das auf meinem eigenen Land. Moment. Nein, nicht mit mir. Okay, wir müssen da irgendwie durch. Ja, das wird doch schon irgendwie aufgehen. Das Ding hier. Hallo? Oh Gott, ist das schön. Das Spiel hat auch seine schönen Momente. Hm? Was? Okay. Wo, wo? Da hoch oder was? Hä? Was soll denn das sein? Da drin oder was? Hier irgendwo. Ah, da komme ich irgendwie nicht hin. Oder? Okay, ich weiß gerade nicht wohin. Ist das noch unten? Hoppala. Das müsste, glaube ich, noch unten sein. Hier wahrscheinlich. Ich komme näher. Jetzt gehe ich wieder weg. Hä? Hä? What the fuck? Wo ist denn das? Ja, wo ist es denn? Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Könnte ja auch mal ein bisschen rennen. Ah, jetzt entferne ich mich total. Komm ich hier irgendwie durch? Hm, sieht nicht da noch aus, oder? Nein. Schade. Es muss doch hier einen Weg geben. Das gibt es doch gar nicht. Ja, nee, wirklich? Erstmal muss ich ja gucken. Ja. Das ist wohl wahr. Warte mal. Da oben. Oder? Kann das sein? Dann kommen wir da oben. Hier. Ich muss da näher ran. Wo komme ich denn da hin? Das ist doch da oben, ne? Da. Hey, wie komme ich denn da hin? Hier irgendwie so? Ah, Vorsicht. Klettermaxe spielen oder was? Oh Gott. Das ist hoch. Ah. Hey, wie komme ich denn da hin? Ah, okay. Das ist klar. Warte mal. Äh. Ich muss da irgendwie hochkommen. Oh, warte mal. Ach so. So. Geben wir mal in die Kiste hier. Na komm. So. Hopp. Nee. Hallo. Ich muss da hoch. Nee. Was war das denn? Oh nein. Die Sache hat einen Haken. Schwierig. Wo? Wo? Äh. Was? Wie? Hä? Ach, ich... Oh nein. Echt jetzt? Muss ich das Ding? Äh. Muss man haken. So hängt denn der... Huch. Was hängt denn der da unten? Mein Haken hängt fest. Was ist denn hier los? So, jetzt. Also, ich werde wahrscheinlich da irgendwie das Ding darüber ziehen müssen. Ja, ich weiß. Huch. Okay, ein bisschen höher vielleicht. Ah. Jetzt. Nein. Jetzt. Oh. Das geht nicht. Ich komme da nicht dran an das Ding. Oh. Hä? Wie sollen wir denn da hinkommen? Ach, nein. Ich bin so doof. Ja, ist ja gut. Ich habe es verstanden. Ich habe mir gedacht, ich muss da irgendwie ein Seil spannen darüber. Hallo? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Huch. Oh. Oh, das ist so cool. Oh, wenn ich sowas als Kind gehabt hätte. So ein Baumhaus. Ey, das... Oh. Das habe ich gern gemacht. Baumhäuser bauen. Das hat voll Spaß gemacht. Voll cool. Okay. Hallo? Ich glaube, der Typ hat sich hier drin versteckt. Kann das sein? Na? Scheiße. Ich kann es nicht glauben. Er hat das Foto an dem Tag gemacht, an dem wir hier angekommen sind. Er wusste sogar, wann und wohin wir umziehen würden. 22. August 79. Trautes Heim. Glück allein. Okay. Oh, das ist... Äh... Strange. Was ist das? Eine Kette. Kann ich hier machen? Kann ich das Ding irgendwie aufziehen? Hä? Muss doch irgendeinen Sinn erfüllen, das Ding, oder? Hm. Okay, warte. Ähm. Halt. Was ist denn das hier? Keine Ahnung. Ja, und wohin jetzt? Ach nein, warte mal. Stopp. Ich bin da doof. Ähm, warte. Da ist es. The fucker's got it all well organized. Gut organisiert. Ach, jetzt? Feuer haben wir das nicht gesehen, oder was? Was ist denn das? Feuerzeug, oder was? Nein. Hä? Sender, oder was? Folge dem Spion. Alter, what the fuck? Wie soll ich dem denn folgen, bitte? Hä? Äh. Äh. Wo ist denn der? Wo ist er? Komm her, du Arsch. Ich krieg dich. Du kannst runnen, aber du kannst hide. Alter. Wohin? Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Fuck. Wo ist denn der hin? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Ich habe ihn verloren. Der muss irgendwo da lang sein, oder? Da ist er. Wer ist denn dieser Typ? Oh, komm, bleib stehen. Ich krieg dich doch eh. Oh nein, toll. Jetzt ist er da drin. Super. Ja, was haben wir denn da? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Ach so. Wir können jetzt doch hochklettern. Okay. Voll der Klettermaxi. Okay, wir kommen hier rein. Na warte, ich erwisch dich schon, du Bastard. Kann mal kurz ducken. Äh, hier ist aber recht dunkel. Hier will ich nicht rein. Ah. Hallo? Hier, nimm den Hammer mit. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Ja. Ne. Au, warte mal. Ist das nicht die Mine? Wo dieses Unglück passiert ist? Ich glaube, das ist die Mine, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hallo? Hallo? Okay, warte. Okay, hier sind Laternen in Betrieb, also ist er hier auch schon ein bisschen länger. Ja, tatsächlich. Na toll. Super. Wie komme ich denn jetzt da hinterher? Ich glaube, zum Springen ist es zu weit. Ja. Und wie komme ich dann darüber? Fuck. Ähm. 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 Wart mal. Hä? Ich habe keine Ahnung. Hä? Wie komme ich denn da hin? Hallo? Ich hänge hier fest. Alter. Wie komme ich denn da hin? Wo ich hin will? Muss ich da runter? Ich würde da gerne speichern, aber... Ich habe keine Ahnung. Kann das sein, dass ich runter muss? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, ich habe Angst. Ich werde sowas und sterben. Ich sterbe. Ja, woher soll ich das jetzt wissen? Verdammt nochmal. Prost. Schwierig. Wie komme ich da rüber? Ein kleiner Tipp wäre nicht schlecht, aber ich glaube, das Spiel gibt sogar Hinweise, wenn man lange genug wartet. Aber ich will nicht warten. Ich will wissen, wie, wo, was. Hallo, Ladebildschirm. Bisschen schneller, wenn es geht. Ich bin ungeduldig und außerdem muss ich aufs Klo. Mann. Komm, mach. Schneller. Wir haben doch keine Zeit. Na komm. Wer ist dieser Typ, der uns beobachtet? Ist das vielleicht ein Spion? Ein russischer Spion oder so? Schwierig. Hallo? Na komm, mach. Na hopp. Also die Ladebildschirme bei dem Spiel, die sind echt ein bisschen nervig. Man darf also nicht so oft sterben. Okay, nochmal. Wo lang? Hier komme ich nicht lang. Ich gucke trotzdem nochmal. Vielleicht gibt es hier nochmal irgendeinen Alternativweg. Irgendeine Alternative. Boah, natürlich. Da kommst du doch rüber. Ja, wo geht es jetzt lang, ne? Darunter. Da sterbe ich. Nochmal raus oder so? Warte mal. Was ist da hinten? Komme ich hier vielleicht durch? Ich habe den Knopf zu spät gedrückt. Verdammt nochmal. Das darf nicht wahr sein. Nein, nicht wieder so ein langer Ball. What the fuck? Das darf nicht wahr sein. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich mache mal die Folge ein bisschen kurzer. Und ja, bis gleich. Das darf nicht wahr sein. Untertitelung des ZDF, 2020